Vor kurzem hat uns die Meldung erreicht, dass das schwedische Parlament-Regierungschef Löwen das Misstrauen ausgesprochen hat. Ihnen bleiben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder er tritt mitsamt seiner Regierung zurück oder er ruft innerhalb von einer Woche Neuwahlen aus. Weitere internationale Nachrichten des Tages sehen Sie jetzt in unserer Meldungsübersicht. Der deutsche Außenminister Heiko Maas fordert einen neuen Flüchtlingsdeal mit der Türkei. Die EU müsse für ein neues Abkommen auch weitere Gelder zur Verfügung stellen, so Maas. Eine genaue Summe will er aber noch nicht nennen. Die Türkei drängt seit Monaten auf eine neue Finanzierung des Abkommens. Im US-Bundesstaat Alabama ist es heute zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. 15 Fahrzeuge sind bei starkem Regen aufeinandergeprallt. Zehn Menschen, darunter neun Kinder, sind dabei ums Leben gekommen. Die Partei des armenischen Regierungschefs Nikol Pashinyan hat am Sonntag überraschend klar die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Pashinyan selbst hat die Wahl nach massiven Protesten gegen sein Waffenstillstandsabkommen im Krieg um Bergkarach angesetzt. Umfragen hatten zuvor noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen seiner Partei, Bürgervertrag und der seines Herausforderers, Ex-Präsident Robert Kocajan, vorhergesagt. Das iranische Atomkraftwerk Boucher ist wegen eines technischen Fehlers heruntergefahren worden. Das hat die iranische Atomenergiebehörde in der Nacht mitgeteilt. Worum genau es sich bei dem Fehler handelt, ist bisher nicht bekannt. Im ganzen Land könne es aber nun zu Stromausfällen kommen, warnt der Sprecher des staatlichen Energiebetreibers. Das türkische Verfassungsgericht hat einen Verbotsantrag gegen die pro-kurdische Oppositionspartei HDP angenommen, wie staatliche Nachrichtenagenturen berichten. Damit kann das Verfahren für ein Verbot der zweitgrößten Oppositionspartei eröffnet werden. Präsident Erdogan wirft der HDP vor, der verlängerte Arm der PKK zu sein, die in der Türkei, in Europa und in den USA als Terrororganisation eingestuft ist. Soeben ist auch die Meldung gekommen, dass sich die EU-Außenministerin Luxemburg auf weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus verständigt haben. Der Beschluss soll in den kommenden Tagen umgesetzt werden. Die Sanktionen treffen unter anderem den Finanzsektor, Mineralölunternehmen und die Düngemittelindustrie.